Fünf Olympische Spiele, eine Menge super schöne Erlebnisse bei Olympischen Spielen gesammelt, aber auch ein paar negative. Ich habe viel gelernt, Olympia hat mich viel gelehrt, aber ein Moment, jetzt gerade aus Rio, ist mir ganz besonders im Kopf geblieben. Ich dachte, ich bin Vierter, bin doch Dritter geworden und ganz besonders für mich war die Reaktion meiner Gegner. Als dann wirklich spät eigentlich bekannt wurde, dass ich Dritter geworden bin, sind alle meine Gegner, die tatsächlich auch schon in Richtung Steg zugefahren sind, wieder umgedreht. Die wussten, wie lange ich dabei bin, wie sehr ich mir diese Medaille gewünscht habe und wirklich alle sind zurückgekommen, haben mir gratuliert und haben mit mir weinend auf dem Steg gelegen und das war für mich eigentlich mein Moment, der mir zeigt, was bedeutet Olympische Spiele und wie sehr wir beisammenstehen und diesen Sport eigentlich lieben.